Das Projekt mobile Lernbegleiter ist eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Frauen und zielt auf den verstärkten Einsatz von tragbaren mobilen Endgeräten wie Tablets, Smartphones, Netbooks und Notebooks im Unterricht ab. Eine entscheidende Rolle bei der Realisierung des Projekts spielt ENIS Austria, das European Network of Innovative Schools. ENIS Austria hat gemeinsam mit anderen Netzwerken über 40 Schulen aus ganz Österreich, über alle Schultypen hinweg, Schulen unterstützt im Rahmen des Projekts mobile Lernbegleiter. Unsere Schulen, unsere ENIS Schulen sind erfahrene Schulen bei der Nutzung von mobilen Lernbegleitern, sei es jetzt Tablets, Notebooks oder Netbooks und unterstützen Schulen, die solche Geräte noch nicht verwendet haben, in der Einführung bzw. auch in der Umsetzung in der Lehr- und Lernpraxis. Eine Schule, die im Umgang mit dieser Technologie bereits viele gute Erfahrungen gemacht hat, ist das Bundesgymnasium Kloster Neuburg. Diese Lernbegleiter werden spontan im Unterricht eingesetzt, also sie sind nicht permanent verfügbar. Das heißt, es lässt sich diese Methode auch mit klassischem Unterricht in Verbindung bringen. Das Wort mobil bedeutet natürlich, dass die Internetverbindungen permanent sein müssen und die Mobilität im ganzen Haus gewährleistet sein muss. Besonderes Augenmerk wird beim Einsatz der mobilen Lernbegleiter auf die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gelegt. Umgesetzt wird dies unter anderem durch sogenanntes Clustering. Hier entsteht Kontakt zwischen den Schulen und den einzelnen Schülerinnen und Schülern. Am Bundesgymnasium Kloster Neuburg etwa gehört Clustering im nationalen und internationalen Bereich bereits zum Alltag. Die mobilen Lernbegleiter ermöglichen uns natürlich auch Zusammenarbeit außerhalb des Schulgebäudes. Das heißt also beispielsweise mit Schulen in der Region oder auch österreichweit. Dadurch, dass wir also interaktiv zugreifen können, über Bildtelefonie beispielsweise auch direkt uns einblenden können, ist eine Zusammenarbeit auf einem verschiedenen Level durchaus wünschenswert und möglich. Könnte also sein, dass wir von einer Schule, die also physikalisch, technisch, wie auch immer weiterentwickelt ist, über diese Art an Wissen profitieren und es nicht quasi über externe Experten, andere Lehrkräfte hereinholen müssen. Schulmodelle spielen dabei keine Rolle, wie etwa das Clustering zwischen dem Kloster Neuburger Gymnasium und der Informatik-Mittelschule Stockerau belegt. Digitale und soziale Kompetenz bringen den beteiligten Lehrenden und Lernenden viele Vorteile. Für uns ist einmal der Vorteil durch die mobilen Lernbegleiter, dass wir sie kurzfristig im Unterricht einsetzen können. Früher war es so, wenn wir im Computerraum gar nicht sind, dann haben wir eigentlich eine ganze Stunde den Computer eingesetzt. Jetzt setzen wir einen kurzfristiger ein. Der Vorteil ist, wir brauchen, die Organisation ist einfacher, wir brauchen nicht schon Wochen im Vorhinein den Computerraum buchen. Wir können, wen es passt, ganz einfach auf diese mobilen Lernbegleiter umsteigen und sie dann auch dementsprechend einsetzen. Neben der organisatorischen Flexibilität steigt durch den Einsatz der mobilen Geräte auch die Motivation der Schülerinnen und Schüler. Man kann dann ganz einfach mit interaktiven Lernprogrammen arbeiten, man kann mit dem Internet arbeiten, man kann mit Videos arbeiten und man kann eigentlich viel mehr auf die Bedürfnisse, auf die Lernbedürfnisse der Schüler eingehen. Ein konkretes Beispiel für Zusammenarbeit zwischen zwei Schulen ist ein fächerübergreifendes Projekt zur Konstruktion und Programmierung von Lego-Robotern in Kloster Neuburg und Stockerau. Bei unserem Lego-Roboter-Projekt arbeiten wir auch mit dem Gymnasium in Kloster Neuburg zusammen. Und zwar arbeiten wir so zusammen, dass sich Schüler gegenseitig austauschen, wenn sie neue, gute Erfahrungen gemacht haben mit den Robotern, wie man sie besser programmieren kann, wie man sie stabiler bauen kann und das ist natürlich ein Mehrwert, erstens für unsere Schule als auch für die andere Schule, wo wir dann schneller und effizienter diese Roboter zusammenbauen können. Zum Einsatz kommen können die mobilen Geräte in so gut wie allen Fächern im geisteswissenschaftlichen Bereich ebenso wie im naturwissenschaftlichen. Im naturwissenschaftlichen Unterricht, also speziell in Physik beispielsweise, arbeiten wir so, dass wir Simulationen oder Expertisen parallel zu den vorhandenen experimentellen Anordnungen durchführen. Das heißt, es gibt also wirklich handgreifliches Experimentieren oder auch in Chemie beispielsweise. Und auf der anderen Seite das Einbringen von Simulationen. Das geschieht größtenteils natürlich über die mobilen Lernbegleiter und selbstverständlich auch über die Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten außerhalb der Schule. Wenn man so will, der Raum des Unterrichts wird geöffnet. Bei uns ist es so, dass die Schüler, wenn sie Probleme mit den mobilen Lernbegleitern haben, eigentlich viele Probleme selbst schon lösen können, indem ein Klassenkamerad ihnen hilft. Das ist eigentlich das, worauf wir sehr stolz sind und wo eigentlich dann das Lernen so nebenbei eigentlich funktioniert. Auch wenn die mobilen Geräte jederzeit im Unterricht zum Einsatz gebracht werden können, so ist die Verwendung natürlich reglementiert. Es ist mitunter gerade in pubertären Umgebungen schon notwendig, dass man das also disziplinär regelt. Da gibt es natürlich auch die Regelungen zu bestimmten Zeiten dürfen nicht alle mobilen Devices verwendet werden. Sie sind also unterrichtsbezogen zu verwenden. Beim Tablet ist es so, dass wir eine Lernumgebung schaffen können, wo wir eigentlich den Schüler am Tablet durch diese Lernumgebung fix vorgeben können, was er darf und was er nicht darf. Durch den Einsatz von mobilen Lernbegleitern und den interdisziplinären Austausch werden die Schülerinnen und Schüler gut auf das weitere Berufsleben vorbereitet. Als Ergebnis des Projekts Mobile Lernbegleiter sehe ich durchaus, dass die digitalen Kompetenzen, wie schon in den vorangegangenen Jahren gesehen, bei den Kindern gestiegen sind. Aber es sind nicht nur die digitalen Kompetenzen, sondern auch die Sozialkompetenzen oder Entrepreneurship, die die Schülerinnen und Schüler in ihrem weiteren Berufsleben, aber auch im Privatleben brauchen werden. Die Sinnhaftigkeit des Einsatzes muss jeder Lehrer eigentlich selbst entscheiden. Sicher gibt es Themen, wo sie sich ganz gut anbietet und Themen, wo sie sich wahrscheinlich weniger anbietet. Aber in Summe, glaube ich, kann man in jedem Fach mobile Lernbegleiter einsetzen, um den Unterricht für die Schüler auch interessanter zu gestalten.